Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich habe heute einen weiteren Anfängerguide für euch. Heute zeige ich euch, wie ihr Kibbel herstellen könnt, was ihr dafür alles braucht und alle sonstigen Informationen, die ihr auf jeden Fall wissen solltet. Wenn du mehr Videos zu diesem Thema oder zu anderen ARK-Themen sehen möchtest, kannst du auf jeden Fall den Kanal abonnieren, denn es sind schon einige Videos zu vielen Themen zu ARK hier hochgeladen. Aber fangen wir an mit dem Video und zwar habe ich das heute mal wieder für euch unterteilt, genau wie den ersten Anfängerguide auch schon. Und zwar klären wir erstmal die Frage, warum überhaupt Kibbel, also warum solltet ihr überhaupt Kibbel herstellen, was benötigt man zum Kibbel herstellen, also was sind die Voraussetzungen, denn in einem anderen Video habe ich euch schon gezeigt, wie man Kibbel herstellen kann. Dann erkläre ich euch, wie ihr die Eierproduktion erhöhen könnt und zum Schluss noch, wie ihr sie sammeln könnt bzw. lagern könnt. Das Wichtige hier bei dem Video ist, ich mache das für die S-Plus-Spieler und auch für unsere Kollegen auf der PS4 und Xbox und mittlerweile auch Nintendo Switch. Das heißt, ich zeige euch einmal, wie das mit den S-Plus-Items funktioniert und ich zeige euch auch, wie es eben ohne S-Plus-Items funktioniert. Kommen wir zu der Frage, warum ihr überhaupt Kibbel benutzen solltet. Ich habe das auch immer wieder gesagt bekommen, als ihr angefangen habt, das Stream mit ARK, dass ich Kibbel herstellen soll und ich hatte keinen Plan, was das überhaupt ist und dachte, ich brauche das auch gar nicht. Also Kibbel, habe ich euch ja schon in einem anderen Video erklärt, ist eben Trockenfutter und ihr könnt damit Dinos sehr, sehr viel schneller zähmen. Das ist vor allem interessant bei Pflanzenfressern, denn die brauchen ja meistens am längsten, bis ihr sie zähmen könnt, weil ihr eben nur die Beeren oder eben die Gemüsearten zur Verfügung habt, mit denen ihr dann zähmen könnt. Anders als bei den Fleischfressern, wo ihr eben auch Matten oder Prime Meat habt. Außerdem erreicht ihr mit dem Trockenfutter auch die höchste Effektivität, wenn ihr ein Tier zähmt. Habt ihr bestimmt schon mal beobachtet, ihr zähmt das, daneben steht eine Effektivität, wie viel Level das Tier noch oben drauf bekommt. Und das ist eben in den meisten Fällen zumindest mit dem Trockenfutter am höchsten. Und das ist auch besonders wichtig, wenn es an Züchten geht, übrigens eines der Themen, die ich als nächstes hier auf dem Kanal aufgreifen will. Da ist es eben besonders wichtig, dass man schön effektiv zähmt, damit man dann zum Züchten die besten Dinos hat. Also alles in allem ist Kibbel eben etwas, was man auf jeden Fall früher oder später brauchen wird. Und kommen wir einmal zu den Sachen, die wir dafür brauchen, damit wir es überhaupt herstellen können. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist ein Gewächshaus oder eben zumindest Beete, auf denen ihr alle möglichen Pflanzen eben auch dann einpflanzen könnt. Im Gewächshaus geht das alles am schnellsten, weil ihr eben den Treibhauseffekt habt und somit läuft dann die Produktion ganz einfach. Es muss nicht so groß sein, wie das jetzt hier. Wir haben ein bisschen übertrieben, das sollte eben auch schön aussehen. Und das Wichtigste ist, dass ihr eben alle möglichen Pflanzen habt. Ihr könnt alternativ erstmal auch ein Dino nutzen, zumindest für die ersten Rezepte, weil da braucht ihr nur Beeren für. Sobald ihr aber andere Pflanzen braucht, das heißt Karotten oder eben Kartoffeln oder Zitronen oder Mais, solltet ihr auf jeden Fall anfangen anzupflanzen, weil das sind eben Sachen, die bekommt ihr in der Regel nicht auf der Map. Außer bei Ragnarok gibt es einige Stellen, wo ihr eben dann auch Sachen rausfahren könnt. Da gibt es dann einige Felder. Sonst aber glaube ich soweit nicht, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, dass ihr euch ein Gewächshaus baut oder eben Blumenbeete habt und in die den Sachen einpflanzen könnt. Außerdem macht es dann Sinn, eben ein Fiomir zu haben oder Dungide, soweit die Dinger bekommt ihr jetzt immer nur aufs Höhen. Und wenn ihr noch nicht so weit seid, in Höhen zu gehen, dann solltet ihr auf jeden Fall davon ablassen. Fiomir reicht aus, damit könnt ihr dann eben eine Menge Kot produzieren und den eben hier reinpacken und dann selber Dünger produzieren mit 50 Stroh und 3x Kot, steht hier auch drin. Ist jetzt eine S-Plus-Funktion, dass uns das angezeigt wird, aber so könnt ihr auf jeden Fall eure Felder auch dann bewirtschaften. Außerdem braucht ihr eben Dinos, die die nötigen Eier legen, die ihr braucht. Auch das Kibbel-System wurde ja angepasst. Wie gesagt, habe ich euch ein Video zugemacht und wir haben jetzt hier die Rechse genommen, weil man damit fast alles zähmen kann, weil Kibbel ja abwärtskompatibel ist. Das heißt, ihr braucht dann auf jeden Fall weibliche Rechse und auf jeden Fall auch mindestens einen männlichen Rechse, damit ihr den Partnerbonus bekommt, damit die Tiere mehr Eier legen. Außerdem braucht ihr einen Oviraptor, den wir jetzt gerade vor uns stehen haben. Wenn ihr ohne S-Plus spielt, wenn ihr mit S-Plus spielt, dann bräuchtet ihr den theoretisch nicht. Den Oviraptor kann man leider nur mit Eiern zähmen, das heißt, wahrscheinlich würdet ihr erstmal die ganzen Rechse zähmen und dann den Rechseiern Oviraptor zähmen. Wenn ihr mit S-Plus spielt, könnt ihr euch die Hedgeery bauen. Ich brauche allerdings 20 Eier, damit ihr sie bauen könnt, aber dann funktioniert die auch super. Und ihr braucht dafür eben auch noch ein bisschen Nachwuchsdünger, damit das ganze Ding eben auch läuft. Alternativ könnt ihr auch den Item-Collector benutzen, der bei uns auf dem Server aber leider aktuell nicht funktioniert. Kann entweder am Server liegen oder an der Mod, dass die nicht mehr aktualisiert wird oder nicht so häufig. Auf jeden Fall arbeitet das Ding bei uns momentan nicht so effektiv. Außerdem wäre es hilfreich für das ein oder andere Rezept auch noch einen Terzi zu zähmen, da dieser am besten Pilze und seltene Blumen farmen kann. Und die braucht ihr eben für einige Rezepte. Bei uns gehen sie mittlerweile schon so ein bisschen aus, deswegen werden wir uns auf jeden Fall auch noch einen auf dem Server ziehen. Jetzt ist natürlich noch wichtig, wie man die Eierproduktion erhöhen kann. Wir hatten auf dem Server da ein bisschen Probleme mit am Anfang. Madcalf ist gerade gestorben, ist mittlerweile auch schon ein Running Gag. Ihr habt im Prinzip also mehrere Möglichkeiten. Wir haben den Oviraptor jetzt dabei, damit wir eben einmal diesen Buff bekommen. Ihr seht es ja schon hier, dass hier die ganze Zeit die Eier auch aufblinken. Das heißt, sie legen schon mal mehr Eier. Das macht jetzt bei uns die Hedgeery, aber mit dem Oviraptor geht das auch. Das zeige ich euch gleich nochmal, wie das funktioniert. Auf jeden Fall könnt ihr so schon mal die Eierproduktion erhöhen. Und außerdem, wenn ihr die Dinos eben auch auf Paaren stellt, was mittlerweile eben auch geht, ohne dass sie wandern, war früher mal anders. Dafür geht ihr einmal hier auf Verhalten und könnt ihr Paarung aktivieren. Also beziehungsweise deaktivieren steht jetzt bei mir hier. Einfach weil es schon aktiviert ist und dann habt ihr in einem gewissen Rhythmus eben immer wieder befruchtete Eier, die ihr einfach aufsammeln könnt. Und daraus könnt ihr auch Kibbel machen, auch wenn sie befruchtet sind. So, wir sind jetzt mal mit dem Agi und dem Oviraptor so weit weggeflogen, dass wir auf jeden Fall keinen Waffe mehr von der Hedgeery bekommen. Wir sind weit genug weg also von der Base. Wir haben jetzt den Oviraptor hier und einen weiblichen Agi. Ich hatte eben erst männlichen dabei. Macht super viel Sinn, weil die legen ja auch so viele Eier. Auf jeden Fall müsst ihr euren Oviraptor einfach auf Wandern stellen und dann bekommt ihr auch wieder den Eierlege-Buff sozusagen. Könnt den Oviraptor auch so ein bisschen eben einsperren, dass er in dem Gehege, wo die Dinos mit rumstehen, dann drinsteht, sodass die dann eben den Buff bekommen. Er muss auf jeden Fall wandern und ich würde ihn auf jeden Fall auch ein bisschen mit einsperren, damit ihr euch nicht abhaut. So würde das Ganze auf jeden Fall funktionieren, wenn ihr kein S-Plus habt. Das heißt also entweder auf der Xbox oder der PS4 spielt oder einfach auf dem PC auch ohne S-Plus spielt. Dann könnt ihr auf jeden Fall einen Oviraptor nutzen, der dann eben eure Dinos-Buff, damit ihr mehr Eier legen könnt. Der Oviraptor wird wie gesagt selbst mit Eiern gezehnt. Am besten funktionieren glaube ich Quetz- und Rex-Eier. Rex-Eier sollten leichter zu bekommen sein und danach frisst der Fleisch. Also müsst ihr keine Angst haben, dass ihr da immer noch Eier reinstecken müsst. Klingt komisch. So, dann bleibt natürlich noch die Frage, wie man die Eier sammeln kann am besten. Auch dafür gibt es eben für S-Plus eine Lösung und zwar wäre das der Item-Collector, der wie gesagt bei uns nicht funktioniert. Gut, er ist jetzt auch geradeaus, aber auch eben aus dem Grunde, dass da er nicht zuverlässig bei uns funktioniert. Und zwar könnte man diesen jetzt einstellen, dass er eben alle Eier aufsammelt, die hier rumliegen. Dann würde es im Idealfall funktionieren und ihr müsstet die nicht per Hand aufsammeln. Was wir hier jetzt allerdings auf dem Server machen, ist folgendes. Wir verpaaren da die Dinos, wie ich das schon gesagt habe, um die Eierproduktion einfach aufzuerhöhnen. Und dann passiert gleich folgendes. Wir warten mal ganz kurz ab, bis das bei 100% ist. Dann müsst ihr hier auf jeden Fall so einen Eidrop, was auch rot ist und was so einen roten Schimmer um sich herum hat, was euch dann auch zeigt, dass das Ganze eben befruchtet ist. So, jetzt müsst ihr gleich eins herausfallen. Da ist es und das sollte gleich verschwinden. Und wo es dann hin verschwindet, zeige ich euch gleich. Jetzt ist es auch schon weg. Und dann gehen wir einmal hier hoch, wo wir die Hedgeery stehen haben, die wir eben auch versorgt haben mit Nachwuchsdünger. Dadurch funktioniert sie eben auch. Und die sammelt jetzt fleißig für euch alle Eier ein, die befruchtet sind. Das heißt, auch wenn ihr offline geht und so weiter, shoppen wir weiterhin befruchtete Eier. Hier unten haben wir es jetzt drin liegen. Und dann sind die erst mal sicher drin. Das heißt, die werden auf jeden Fall aufgesammelt und verfallen dann nicht. Außerdem ist die Hedgeery eben auch so, dass sie für euch die Eier vorbohltet. Das heißt, wenn ihr sie jetzt rausnehmen würdet, dass ihr es halt bei einem Prozent sozusagen, dann würde das Ding direkt schlüpfen. Das sind auf jeden Fall wieder die zwei Möglichkeiten für S+. Wenn ihr ohne S+, spielt, müsst ihr die leider per Hand aufsammeln, was ich teilweise eben auch noch mache. Weil hier eben noch die ein oder anderen Eier liegen. Was ihr dafür machen könnt. Bei den Rexen sieht man das zum Glück noch sehr, sehr gut, weil sie einfach auch sehr groß sind und keine Federn haben. Allerdings bei den Agis ist es so, dass jetzt hier zum Beispiel auch ein Ei darunter liegt, das wir natürlich aufheben können. Das sieht man aber nicht auf Anhieb, wenn man da jetzt nicht unter das Federkleid durchhuscht. Und da kann man eben folgendes machen. Wir können uns eine Erhöhung bauen, auf die wir dann die Dinos stellen mit ein paar Rampen, so dass wir die Dinos dann an den Rand stellen, die Eier quasi runterkollern. Das sorgt dann schon mal zumindest dafür, dass sie eben gesammelt unten landen und wir nicht immer gucken müssen, vor allem bei den Agis dann zum Beispiel, ob dann wirklich Eier da sind oder nicht. Wie ihr sowas bauen könnt, zeige ich euch nochmal gleich. Allerdings zeige ich euch zuerst mal, wie ihr die Eier lagern könnt. Ihr könnt sie natürlich in einen Kühlschrank tun. Da halten sie sehr, sehr lange drin. Das ist jetzt hier bei uns eben sehr, sehr lange. Also die können nicht vergammeln quasi. Ihr könnt sie eben auch in einer Räucherkammer tun, wenn ihr noch keinen Kühlschrank habt. Da halten sie dann 80 Tage drin. Ich habe jetzt hier keine Zündpulver drin, habe ich vorhin ausgeprobiert, müsste ich mir jetzt mal glauben. Da halten sie auf jeden Fall 80 Tage. Und ich glaube, in dem Dino sind es so um die 40 Tage oder 30 Tage. Da sind vergammeln da eben auch sehr, sehr schlecht nur drin. Das heißt, die drei Möglichkeiten habt ihr dann auch, um die Eier quasi zwischenzulagern. So, dann zeige ich euch eben nochmal, was ich meine, was ich für eine Erhöhung meine, mit der man dann eben besser Eier sammeln kann. Und zwar würde ich jetzt einfach mal hier zwei Fundamente hinsetzen. Dann setzen wir einfach mal zwei nebeneinander und dann würde ich das Ganze eben noch so machen, dass wir da oben drauf Pillar platzieren. Einfach hier in die Mitte. Theoretisch würde die D-Höhe ja jetzt eigentlich schon reichen. Dann kommen wir ganz einfach, wenn die Sonne nicht blenden würde, zwei Dächer oben drauf. Wie gesagt, könnt ihr auch einfach größer machen. Ich mache es jetzt einfach nur mal kurz exemplarisch, damit ihr einmal seht, wie sowas aussehen kann, sozusagen. Wie so eine kleine Rampe aussehen kann, wie man die bauen kann auch. Und dann hauen wir einfach unsere Rampen einfach mal eben hier ran. So, und wenn ihr den dann hier wunderschön an die Kante setzt, dann wird hier das Ei rausdroppen und runterkollern. Das heißt, ihr könnt die dann alle schön hier unten aufsammeln und dann fällt es runter. Es ist auf jeden Fall dann schon mal weiter unten und ihr könnt sie leichter einsammeln. Das heißt, ihr seht auf jeden Fall, wenn Eier da sind. Ansonsten hoffe ich, dass das Video weitergeholfen hat, weil ich habe jetzt einfach mal hier Informationen weitergegeben, die mir auf jeden Fall geholfen hätten, wenn ich sie am Anfang gehabt hätte. Denn wir hatten auf jeden Fall so ein bisschen ein Problem, ins Start anzukommen. Also es kamen immer keine Eier und der Item-Collector hat sie eben nicht aufgesammelt. Und dadurch, dass ihr es eben besser sichtbar macht, eben auch durch diese Erhöhung bei den Agis gerade, könnt ihr auf jeden Fall mehr Eier sammeln. Und auch durch den Ovi Raptor werden ja eben mehr Eier produziert, beziehungsweise durch die Hatchery. Bei S-Plus, ein Objekt, was ich vorher auch nicht kannte. Da auch nochmal ein Dankeschön an Moritz, Cry und Pasha. Das sind drei Leute aus dem Stream und auch von YouTube, die auf unserem Server mitzocken. Und ja, die haben mir den Tipp mal gegeben, dass man es da mal mit versuchen sollte. So könnt ihr auf jeden Fall rein starten. Wie gesagt, Rezepte kochen, habe ich euch gezeigt, wie das funktioniert. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe, wie gesagt, dass es weitergeholfen hat. Wenn es dir gefallen hat und du mehr davon sehen willst, kannst du auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Würde mich freuen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und ciao.